digitale revolution und demokratie das war ja das thema der vorlesung bei der ich mit anwesend sein durfte und ich denke nicht nur deswegen war es eine spannende vorlesung weil viele wichtige theme angesprochen wurden sondern auch weil es absolut impuls der zeit ist und ich möchte das gerne heute ein bisschen revue passieren lassen aus der perspektive eines eines studenten das gesehen hat und gerade vielleicht aus der jungen generation denn was man eigentlich in der vorlesung immer wieder reflektieren feststellen konnte ist dass wir ja in einer welt leben die immer mehr on demand funktioniert das heißt egal ob ich jetzt netflix schauen möchte mein essen nach hause bestellen oder über sonstige on demand gebote angebote eigentlich die sachen zu mir nach hause holen und eine frage die wir uns auch bei der abschluss diskussion gestellt haben war kann man demokratie dann vielleicht auch nach hause bestellen und ich denke nach dieser vorlesung kann man sagen nein denn demokratie ist viel zu vielfältig und viel zu komplex und stellt zu hohe erwartungen auch an alle beteiligten die in einer demokratie leben und das war wie gesagt auch inhalt der podiumsdiskussion der ich am ende bei wohnen konnte zur vorlesung und da ging es auch um das thema wie können jugendliche überhaupt heutzutage noch von politischer bildung und von politik allgemein erreicht werden das fällt in die zeit der on demand angebote wie gesagt aber eben auch dass immer mehr jugendliche über social media news konsumieren politik konsumieren und es für sie auch alltäglich geworden ist dass sie das was sie haben wollen zu ihnen kommt und aus meiner perspektive als jemand aus der generation z also baujahr zwischen 95 und 2010 und später kommt natürlich noch die generation alpha ab 2010 für diese generation ist es viel selbstverständlicher dass man wie gesagt im internet ist und für die auch eben an politik aufbereitet das ist übrigens auch ein grund warum ich persönlich eine plattform gegründet habe die politik bei gedacht heißt es passt ja dazu und ich habe dort auch meine erfahrungen eingebracht in der polisdiskussion dass genau solche angebote wichtig sind für junge menschen denn politik muss im kontext einer digitalen revolution neu gedacht werden und man muss sich fragen wie können wir trotz fake news trotz filter bubble und co dafür sorgen dass möglichst viele menschen auf social media gut informiert werden die von mir dargestellte plattform politik neu gedacht ist aber auch nur eine reaktion auf die entwicklungen die wir heutzutage haben das heißt wir machen social media inhalte für jugendliche auf instagram auf tik tok aber wir müssen nach den richtlinien dieser plattform spielen dementsprechend sind wir in der reaktion in einer proaktiven bewegung oder aktion um überhaupt vorzubeugen dass möglichst viele sich über politik informieren und deswegen hatten wir auch im zuge der polisdiskussion eine kurze umfrage gemacht die nicht repräsentativ war aber doch wieder gespiegelt hat was glaube ich der meisten der eindruck der meisten kolleginnen kollegen in diesem seminar oder dieser vorlesung waren es haben ungefähr 60 leute teilgenommen und unter anderem war eine frage ob sie wissen und nach welchen politischen und ethischen grundlagen ein algorithmus programmiert wird und 95 prozent haben sie gesagt dass sie das nicht wissen und ich glaube genau diese frage wurde einerseits durch die vorlesung und auf der anderen seite durch die polisdiskussion noch mal hervorgehoben wie können wir diese diskrepanz zwischen algorithmen und dem fake news und dem nicht wissen darüber und gleichzeitig dem mainstream der eben einfach nur konsumiert wie können wir diese diskrepanz möglichst überwinden wir können wieder eine brücke bauen denn wie sich bei dieser umfrage noch weiter herauskristallisiert hat wissen ganz viele leute gar nicht wie social media funktioniert im hintergrund wer ist dafür verantwortlich wer programmiert ein algorithmus und wie viele leute sind das überhaupt wie alt sind die welche politischen interessen haben die und genau solche fragen glaube ich sind zentral die diese vorlesung auch in vordergrund gestellt hat und die wir uns auch stellen müssen um am puls der zeit uns zu fragen wie können wir auch in einer um das vielleicht damit abzuschließen in einer welt in der wir on demand angebote bekommen trotzdem bereit sind für demokratie zu leben und auch dafür einzustehen also hier da hier 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 und hier hier Vielen Dank.